Oh komm, wir gehen erst nach rechts, sie schießen das Ding. Ach, das ist so weit oben. Oh ne, ja. Links ist der Scanner, ne. Lass uns hier warten, die kommen bestimmt zum... Warte, warte, jetzt mal. Ey, ist das neu, das da oben, oder? Linkt jetzt der Dings, der hält da oben. Naja, das ist aber schon eine Weile. Aber hier ist der Scanner, der jetzt scammt und verbarrikadiert ist. Die rennen da jetzt hin, ne? Ja, verdammt. Warte, die sind auch nicht dran, jetzt sind sie erst dran. Ja, aber das Ding ist ja so schnell, der Hut ist ja so wenig drin. Ja, und? Ja, ja, komm, wir schon. Schp, schp, schp. Du hast mich angepst. Ah, ich hab dich angepst. Äh, liegt grad wieder nach. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ich hab ja schon aufgehört zu rennen. Naja, aber erst, bevor ich gesagt hab. Da. Ich geh mal so weiter links sogar. Alter, ich hab das hingekriegt, ne? Ja. Komm noch, ey. Ich hab hier ohnehin, ich bin zwei Teele. Ich bin hoch, ich bin hoch, weiter in der. Ich geh halt hier noch mit dem Container. Oh Gott, ich bin fast da auch nie gewesen. Aber die müssen erst nachladen und dann noch heilen schnell. Ey, scheiße. Ich hab den nicht gesehen, den irgendwo aus dem Haus raus. Ja, Harik. So, und jetzt fehlt noch der mit der... Hier bei mir ist er auch wohl, ne? Ja, ich gehört nach Dauerfeuer ungeheu. Der ist ja in der Baumschule drin, oder? Nee, der ist ja in der Baumschule drin, oder? Müsste eigentlich noch eine Baumschule sein, denke ich. Ah. Ah. Super, Harry. Super. Aber könnt ihr nicht sagen, ob man wohl gepinkt? Äh, ich hab gepinkt, der ist im Haus drin. Oder hier an der Ecke, Hausecke. Der, der jedenfalls mir am nächsten ist, dann wird man so. Oh, hier, Richtung Ausgang. Da. Nein, er ist da. Ich bin down. Ein. Ja. Drei. Oh, nee. Kling mal. Ich hab zwei. Da gibt Dinge. Ich seh keinen. Wat? Störsender. Wird's blöd, wenn es da hinankommt, ist das doch so. Ich mach die, ich mach die, die, ähm, wie soll ich sagen? Also, die pings irgendwie auch überflüssig, langsame. Weil du einfach zu viele Störsender mitnehmen kannst. Die müssten ja auch Gold sein, dass du maximal zwei mitnehmen kannst. Weil beim Dreierteam kannst, beim Dreierteam kannst du ja fast eine ganze Runde unsichtbar sein. Das ist ja Blödsinn. Oh, kannst du ja in der Runde auch. Drei Minuten geht eh ne, ne? Hab welche gepinkt? Und? Äh, hier eh noch. Und Kima? Ach ne, brauchst du nicht. Und eins, und eins, bei eins. 2 und eins. Achso, gut. Achso, gut. Ja gut, ähm, Barrik hört dieses Haus. Das wird vielleicht ja auch nur noch ein Sender sein, wenn die sich da grad so behaken kann. Hm, das nicht. Schießt auf dich? Ja. Ey, durch... Mist, ich wollte umdrehen durch den Zaun, hat der mich grad gekriegt. Mist, ich wollte umdrehen durch den Zaun, hat der mich grad gekriegt. Wo ist er? Der müsste vorne hier irgendwo sein. Da, da läuft das. Schießt auf mich. Meine, äh, will mich nicht fliegen. Du schießt doch endlich. Ja, da kommt einer über den Hügel. Hast du doch vor dir? Ja, ja. Das ist ja jung. Alter. Headshot, hä? Oh, Headshot wahrscheinlich. Der kommt noch pinks Hügel. Oh, links neben mir ist noch einer. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Alter. Ja. Ne? Ja, gut gut, Muffi, ne? Okay. Oh, der ist weg. Oh, ey, wenn der näher dran gewesen wäre, wenn der noch ein bisschen gewartet hätte, hätte er mich weggerotzt. Aber ganz bequem. Ja. Und ich war der Meinung, der ist noch, wisst du, hinter dem Zaun, dass der bestimmter Krautsch bei den Büschen, dass der schon drüben ist. Alter, war halt ein Gefecht gerade, ey. Da mit dem Ehnen da hinten. Da hab ich schon. Ping nämlich mit. Ähm. Ja, ich hab auch noch Ping. Die Bohnen ja noch nicht benutzt. Und der. Der da hinten liegt hier noch. Und eine schöne Bugle habe ich. Eigentlich war aber gut verteilt. Haben sie gut gemacht, ey. Ja, wirklich. Guck mal, noch einen Stör sind dabei, Alter. Ja, gesagt, die ballernde Stör sind dabei voll. Die waren ja teilweise gar nicht zu sehen, oder? Ich weiß so nicht, warum. Ich war, ihr fühlt echt langsam. Ich glaube, wegen der Blüte MZ 940, oder? Die wiegt wahrscheinlich eine Tonne, das Ding. Ja. Guck mal, wir hocken jetzt wieder drauf. Wollen wir mal gucken. Wie jetzt? Komm ich gerade vor? Oh ja, gehört. Ja, gehört. Ja, wie sie da liegen. Alter, dein Ernst? Ja. Ich sitze hier im gleichen Zimmer. Ich habe es noch bequemer. Die ähnelt sich. Du seid schon, Freundchen. Ach, aber was du das? Ups. Nein, verwirrt dir. Konsumieren. Ne. Ah. Also geil. Brückt dir. Boah, läuft der halt gar nicht bei mir. Na, wie letztes Mal, ne? So, normal. Ich nehme dich nicht mehr mit einfach. Ich glaube, du bist so bis zum Tisch. Hallo? Ah, Mann, hier ist noch Looten. Kann doch nicht vorbeilaufen. Boah. Und dann, wir sind nicht wohin mit dem Zeug. Ah, Mann. Das ist echt schwer. Mein Mitleid. Und so. Na, so. Hier. Guck mal, hier ist noch. Oh, jetzt will ich schon wieder nicht wohin. Denn die Munition ist nicht so teuer. Wäre wirklich... Ach, hier kommt es nicht so teuer. Gibt es bestimmt noch. Ach, komm. Ich werde nachher noch garantiert irgendwo da sitzen und denken. Also, wenn ich mir die hier nochmal angucke. Ach, scheiße. Jetzt hätte ich noch austauschen können. Jetzt hätte ich noch. Ja. Cool. Hoffentlich denken wir dran. Schöne Runde. Schöne Runde. Ja, geil.